Liebe Nidwaldnerinnen, liebe Nidwaldner. Hier bin ich aufgewachsen, zwischen See und Heichen Bergen. Ich gehe gerne reisen, in der Welt aussen schauen, wie es ist. Aber ich komme ganz gerne wieder zurück. Daher kommen andere Ferien. Sie kommen zu uns, weil die Luft sauber ist. Weil man das Wasser trinken kann, sogar aus dem See. Ich setze mich ein für das, dass es in Zukunft für unsere Familien, für die Kinder, für die Touristen so bleibt. Wir haben die Sorge zu Nidwaldern. Die Sorge zu Nidwaldern.